das ist auch mein Pick-Opening mach ich ne Party für geladene Gäste wie dich schon mag ja ich hab jetzt auch schon wieder warte wie viel hab ich jetzt glaub ich hab jetzt noch einen Flash wenn ich das Spiel jetzt, also wenn das Spiel jetzt fertig ist dann hab ich wie viel hab ich dann wieder fast 40k ich bin jetzt bei 60k ich hab heute allein schon wieder fast 4000 gefahren nur heute ich weiß nicht was ich spielen soll ich spiel ihn yin und yang yin und yang Sachsen zu den neuen Operatern Patrick aber die Dings schon ein bisschen krass mit ihren Fallen da oder? ja na ist schon wird schon lustig alter der Operatern scannen kann das finde ich cool ja es war aber von das hat einen YouTuber auch schon mal rausgebracht ja ja Peacekeeper hat schon mal darüber Dings geschrackt gemacht das weiß ich habe schon mal ein Video gesehen wo ich den Peacekeeper jetzt auf guck ich guck nicht was ich hab was richtig gerne gefunden äh wo wusst ich jetzt äh jemand jemand ist hochrechten Garage gelaufen ah die sind Garage was als ob Klaus ich finde die Männer WG meines Freundes faszinierend als ich noch äh noch gedatet habe waren sie brav aufmerksam und ordentlich nun sitzen sie alle in Boxershorts beim äh beim Frühstück gröbsen und beleidigen sich das Rude hat mich wohl akzeptiert das weiß ich echt umsporn ne warte mal warte mal sporn da hins der wirklich erst Garage ging? ja ok können wir auch noch hin ja aber äh es wie gestern auf Grenzen geh die Schande ist was mhm aber einer ist hochgegangen müssen wir aufpassen jo einer hat äh Vigga hat äh viermal kassiert sogar ich hasse Zahlen pass auf jeden bei dir oben müsste irgendwo Vigga sein ja das darf ich gemerkt Puls ist weg was in äh oben selber ist noch kapkan wo genau ist Echo oh verdammt ha oh hey da ist er da war der kopf der flug der bach über direkt aus dem dreierwurf rein ich spiele fast jeden tag pokémon oder einer vielleicht eine kontakt mit klein oben aber was wir haben auch gespielt mag war abschließend mit dem hammer auf hinzu der haben wir auch größer als ruck sein kopf so gewähren haben voll auf die berne aus einem stoffer bitte machen also ich vertings machen kann ich setze dann hinten in die in die baustelle kannst du mir kurz in die kontaktgranate los ja kann ich machen ich komme ich komme ich hoffe das funktioniert jetzt im rang ich weiß mal hier eine kontaktgranate wenn ich als sie sterben sollte tut es mir leid ich versuche jetzt was probieren geht über studieren hallo sehen rankt warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich muss mir patrick schnell helfen ok ich komm ich muss nur patrick erst hinten ein bisschen abnehmen als ob die nicht tunnel kommen wollte mich verarschen gibt euch mal die außen cam als ob das funktioniert hat das ist ein wunder es ist so ein wunder das ist so ein wunder querbarkeit klaus dass die steps gehen durch das früher sagen können dass du kommst ich habe aber selbst von links gehört und dann kann man von meiner rechts wird es sagen können dass du rechts kommst blackbeard ist bei blue dropper einer ist war so seine nähe bar bis höchstwahrscheinlich küche sovier drucker wie schon unten clubraum gleich klubraum machen auf sovier kann ich schießen klaus immer noch klubraum bin besorgt sovier geht weg sovier geht der ist hoch ne er kommt wieder hohe welt nein immer noch zwei stehen da beide versuchen zu helfen vielleicht einer ist jetzt klubraum und einer hohe du kassel klaus die kommen die kommen die kommen schön aber ich und drucker ist noch hohe schnitt ne was nicht jetzt ist aber geflasht klaus ja schön stark alt alter was war das ein turn on an blackbeard ich schicke gerade aufgucken kommt da hinten reingepusht als ob das nähe weil sie ja später gestellt aber sie hat später runter gehen als ob das funktioniert hat wollen mit der cam ich dachte die spornen am baustelle ich hab so schiss gehabt ja ich hab eigentlich auch glaube ich deswegen deswegen bin ich ein deswegen bin ich das meint bei patrick geblieben weil wenn der geführt worden hätte ich die wand hochziehen müssen habe ihn ein bisschen abgesagt aber dass das echt funktioniert hat und dann kommen die da hinten nicht rein weißt du was ich mal denkst du ja geil wenn sie alles wird der übelst werke nein ich meine dass die dahinter gesporn sind er hat das ist ein wunder das war jetzt unten haben jäger abendet der jäger dabei ich habe kein macht oben dropper ok ja dann gehe ich am besten wo gehe ich denn manchmal gute frage jetzt eigentlich ich probiere überhaupt probiere über garage zu gehen da der kunde ja eh kein bandit hat hey ich darf dich schon ins cabinet oh shit das war eins ich muss gesagt er auch hier ich been saving es nicht so glaube ich nehme die eine von 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 ok kapkan hat die alles vermied hatte ich mir schon eine szene kaffee die war nur kannst du mir kommen wir sind hinten kaffee kaffee 3 hinten in der ecke ja momo wir waren gleichzeitig drauf waren gleichzeitig drauf ich glaube ich glaube ich habe gewusst dass er über die stairs kommt schau es dir an zack granate in geschnitten was sind das für plebs alter das ist der hammer wir waren aber vorhin auf den einen waren wir gleichzeitig drauf jetzt klaut er mir noch bandit mann ich habe ein richtiger hex angemacht ich habe ehre ich habe ihnen die ehre genommen und bespuckt alle mag mag ich nicht hier kobe bryne ohne miste wartet verstärkt man noch nicht die wand wartet stellt man kurz aber ich hätte auch kontakt kanade gegeben angehe ich halt lieber spawn killing machen gucken ob es funktioniert in rome fitness ist noch nicht zu fitness und die hinten die haupt waren eben in der baustelle muss noch zugemacht werden naja ich mache meine wand für hier ja ja du kannst hier doch ganz erfahren man steht eigentlich hier mit mit momo und mit mark die man da hinten zu machen das ist sonst kommen die über den balkon rein schade sind nicht shipping dogs gespawnt leider aber trotzdem ich bin voll die ehre entwindet und bespuckt einerseits sich schon einer ist billiard oben am dach ist fuchs glaube ich wenn ich das jetzt richtig sehe oh mein gott ich habe gerade so viel die ehre entwendet klaus wenn es das gehen er ist auf dem dach ja spiel safe diese bei euch auf dem dach die muss kommen wenn du wenn du das kennst schweiß ich wenn du das ich bin ich bin da 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 ich habe sieben leben kann mich gegen jemanden leute es low jetzt ja mit mit dem ist beschießen ohne schalte oder du kannst hier oder die draufschmeißen schön käme es auf jeden fall da und das heißt da wird wahrscheinlich jemand ich hab keine fahne hat geregelt die kommt nicht rein ich weiß dass die krein die anzunehmen anzunehmen spiel selbst momo oder nur meiner oh mein gott oh mein gott wo wenn sowas ist mit wenn sowas ist mit risetten schmeißen microhandy einfach auf ihn fertig oder du musst mich an beziehungsweise durch die wand oder durch die wand ja sei aber schön gemacht ne feste finde ich gut oder jäger jäger ist auch geil man in black alles vergessen ob wir sie ansehen da haben wir eine gute runde meine achtes mal gucken ich bin bei 30,8 prozent wenn ich jetzt keins bekommen ich bekomme kein albapack alter ich stehe bei 77,1 prozent roh zu 100 prozent oder was klaus so ungefähr ich muss jetzt erstmal schnell das video klippen me Platform mit 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 Obie Parade.